Trotz der amerikanischen Angriffe hat unser leichter Kreuzer Shoho die Korallensee erreicht. Gleichzeitig hat unsere Hauptflotte mit der Versenkung der USS Lexington einen ruhmreichen Sieg errungen. Damit ist der Weg nach Port Moresby frei und wir haben grünes Licht für unsere Landeoperation. Ja, das war die Mission. Wir haben mit Gold abgeschlossen. Zur Information, die Lexington war ein Flugzeugträger, der Amerikaner. Mit Gold abgeschlossen, alle Einsatzziele, Missionsziele wunderbar gemeistert und sogar noch ein Kreuzabzeichen abgestaut und zwar zerstören sie in einem Spiel mit Kreuz und 15 feindlichen Einheiten. Haben wir geschafft, waren alles Flugzeuge. Wir sehen uns das nächste Mal und zwar in der sechsten Mission und zwar die Jagd auf die USS Hornet. Und ich sag euch gleich, diese Mission wird zu einem am Ende richtig lustig und zum anderen die restliche Zeit richtig kacke. Ich bin einfach kein geborener U-Bot-Kommandant. Ich tue mich da irgendwie immer ein bisschen blöd, ist schwer. Und deswegen, ja, mal schauen. Ihr seht's das nächste Mal in einer nächsten Folge von Battle Station Pacific Japan Kampagne. Ich hoffe, es hat euch gefallen über Kommentare und Daumen hoch und natürlich auch Abos freue ich mich wie immer. Hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei oder in einem meiner anderen Videos. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Ben2740. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Battle Station Pacific Japan Kampagne. Heute mit der sechsten Mission und zwar die Jagd auf die USS Hornet. Während die japanische Flotte bei Midway in Position geht, machen unsere U-Boote ungesehen Jagd auf feindliche Flottenverbände. Einige unserer U-Boote sind bei Midway auf zahlreiche feindliche Versorgungsschiffe und Zerstörer gestoßen. Allerdings sind unsere Schiffe auf der Suche nach der USS Hornet. Der Verlust dieses Schiffes wäre für die Amerikaner ein schwerer Rückschlag. Alle Transportschiffe des Konvois. Ja, wir haben einmal Typ B-Klasse U-Boote, dann I-400 und Kiten-Träger. Zur Information, Typ B ist halt so ein normales U-Boot, sagen wir mal, Standard-U-Boot quasi, kann ein Aufklärungsflugzeug an Bord nehmen. Und ja, dann der I-400 ist, war eine Geheimwaffe der Japaner, das war ein unterirdischer Flugzeugträger quasi. Und der Kiten-Träger, wie gesagt, der hatte Kiten an Bord, diese Selbstmord-U-Boote, aber das habe ich schon in einer anderen Mission von Battle Station Pacific US-Kampagne erklärt. Ich weiß nicht so genau, ob ich die I-400 nehmen soll, oder... Ja, ich nehme die I-400, mal schauen, was es mir bringt. Wir spielen auf Recruit. Und lasst uns anfangen. Wenn es mal geladen hätte. Ähm, nur zum Vorwarn, diese Mission ist auf keinen Fall meine Lieblingsmission. Ja, okay. Wir werden den Ausschlag geben. Wir werden die Saat des Erfolgs ausbringen. Machen Sie sich bereit. Was ich sagen wollte, zur Information, ich bin nicht der geborene U-Boot-Kampagne, also ich bin der nicht so Bombe drin. Und, was ich bei den Japanern extrem hasse, keines ihrer U-Boote hat Heck-Torpedos. Und ohne Heck-Torpedos komme ich so überhaupt nicht klar mit den Dingern. Also, das ist ja echt, ähm... Heck-Torpedos sind existenziell, sag ich mal. Und später wird es auch eine Mission geben, von der habe ich jetzt schon Angst. Ganz ehrlich, das letzte Mal, als ich sie gespielt habe, habe ich vier oder fünf Tage dran gehockt. Weil ich immer so aggressiv wurde. Äh, das seht ihr alles noch später, aber das ist so nervig. Äh, da habe ich echt hunderte Versuche gebraucht. Das war schlimm. Ja, wir sind nicht allein unterwegs, wir haben unsere schönste U-Boote, I-402 und I-403 dabei. Wir sind an Bord von I-401, auch wenn hier I-400 steht. Ähm, I-400 war die U-Boot-Klasse. Diese Unterwasserflugzeugträger. Und die übliche Taktik hier... Wir sind hier unten, nicht allein. Die Amerikaner haben auch U-Boote. Die übliche Taktik, frontal auf den Zerstörer zufahren und den alle möglichen Torpedos. Äh, jetzt dreht er ab hier. Das Ding ist so Geschichte. Da hinten kommt schon die TOT. Nächste U-Bo... äh, nächste... Kreuzer... ne, Zerstörer. Ein Vorteil ist... Ich sehe das Ding gar nicht. Oh! Da kommt das! Und das ist ein Grund, warum ich es hasse, keine Hectorpedos zu haben. Der kreuzt jetzt direkt über mir, wirft ein paar Bomben. Und mit Hectorpedos könnte ich ihn jetzt noch schön welche reinjagen, aber nein. Ich ignoriere den jetzt einfach mal. Kann der sich nicht auf meine Verbündeten konzentrieren? Ich weiß nicht, wie gesagt, mit Hectorpedos könnte ich ihn jetzt noch versenken, aber das habe ich ja nicht. Und das hasse ich echt wie die Pest. Und bis man sich mit so einem U-Boot gedreht hat, das dauert Jahrzehnte. Also... So... Ähm... Was noch ist, hier die Nashville-Klasse. Ich habe leider keine Ahnung, wie man Unterwassertorpedos... Ähm... Abfeuert. U-Boot-Befehle, allgemein U-Boot... Befehle... Feuerfeuert. Ähm... Hätte ich vielleicht vorher mal durchschauen sollen... Flugzeugwaffen, Schiffswaffen... Pfff... Torpedo! Wenn sie mit drei ihrer Torpedos ausfallen, sieht die sie mir dann aus. Hm... Hm... Ja, Wahnsinn, unter Wasser. Fuß gibt's hier gar nicht. Naja... Da muss ich dann... Auf später warten. Und hier... Der feiert schon gleich Torpedos auf mich, die Sau. Ja, eins hoch. Der liegt immer noch da hinten. Jetzt macht er sich wieder auf den Weg. Hier, meine Verbündeten. Die streuen da schon schön Torpedos aus. Der feiertliche Schiffe versinkt. Und zerstören die da alle? Ich sehe schon, wie der... ähm... Der zerstörer Kurs auf mich nimmt, oder den ignoriere ich jetzt einfach mal. Unten ist die Nashville, da vorne mein I-402. Ich könnte hier noch Tod raum, aber ich weiß, äh, früher oder später taucht die Nashville-Klasse auf. Und dann... hab ich leichtes Spiel. So, so viele wie möglich... ähm, möglich sollen wir zerstören. Und ich zerstöre einfach so viele wie möglich. Hinten kommt schon wieder... Hier mit Hack-Torpedos wunderschön. Zack, 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 zack. Ding wäre ich los. Aber nein. Und da, dass diese Drecksbisser schneller sind als ich. Oh. Und da hab ich hier schon wieder von deiner Nashville-2 kassiert, von links rechts. Hinten kommt noch einer. Ey, das ist doch unlustig. Äh, mach doch da mal... Ich bin gleich tot, ey. Ich will jetzt hier nicht schon zerstört werden. Ach du Scheiße. Der wird gleich Wasserbomb und dann bin ich tot. Mama, ich will noch nie sterben. So, wieder eins hoch. Ich hoffe nämlich, dass die nicht einfach durch das Frack durchfahren können. Und ich kann hier noch ein paar Dinge verstören. Hier ist mein... Mein Missionsziel aber... Ich konzentriere mich dann erstmal generell auf die anderen. Ach du Scheiße. Ach nee, ist... Ah, war nur ein AK. Er hat nach rechts, weil hier ist noch... Mein primäres Ziel war hier gleich Ramme! Du Scheiße. Wie gesagt... Wahrscheinlich ist das nicht so eine Freude mir zuzugucken. Tut mir leid, aber... Hey... Ich versuche jetzt hier ein bisschen unterzutauchen. Hat nicht ganz geklappt. Wie gesagt... Ich vermisse meine Hack Torpedos wie so... Der Feind singt! Weil... Ich bin einfach so viel langsamer... Im Drehen. Also die... Zerstörer sind so viel schneller... Da ich halt... Wenn der einmal über mir ist... Und der sich geschickt ansteht... Habe ich echt keine Chance... Und dann sterbe ich einfach. Ähhhhhhhhh... Nashway gegen die kann erst was tun, wenn sie auftaucht. Ist ein Kacke gelöst, dass die keiner Unterwassertapete abschießen kann. Drehen hier, drehen, 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 drehen. Fuck man, dreh doch! Ach du Scheiße. Ich muss hier so drehen, 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 drehen. Fuck, jetzt meine ich friert die mich aus hier. Guck dir das an, ey. Ich... Oh man! Wie gesagt... U-Boote ist nicht so meins und ich hasse japanische U-Boote. Vor allem amerikanische geht. Schön Heck-Torpedos. Standard-Taktik. Die Gegner ausschwanzen. Der dreht jetzt auch und hier... Ich brauche ewig! Wenn man sich das mal anschaut. Ewig brauche ich jetzt, bis ich einmal rum bin. Und bis dahin hat der mich schon längst verarscht. Bleib doch einfach stehen, da will ich rüberkommen. Bleib, man. Dreh doch, man! Boah! Boah! Alter Schwede! Dreh doch... Hey, vielleicht verzinkt sich mit seinem eigenen Torpedos. Das wird lustig. Dreh deinen fetten Arsch, du Scheißding. Ich bin jetzt echt hier in Panik und... Hier extremer Vorhalterwinkel. Nicht alle... Ah! Perfekt! Jawohl! Weg ist das Scheißding! Spasti! So! Und jetzt, da das letzte Kriegsschiff auch noch weg ist, kann ich beruhigt auftauchen und Frischluft tanken. Jo, wir haben auch ein Lazarettschiff zerlegt, erkennt man hier. Eigentlich sind die... Darf man die nicht zerstören, weil das eigentlich nur Kranktransporte... Damit eigentlich nur Kranke transportiert werden dürfen. Ich kann aber was gegen die National Klasse machen, und zwar nämlich hier in der Flugzeugstadt. Was? Was ist denn hier die National Klasse, verdammt? Was ist denn hier die National Klasse, verdammt?